Halb noch am Schlafen bin ich noch und damit einen wunderschönen guten Morgen zum vierten Tag. Komplett voll sein. Es ist komplett alles ausverkauft mit ca. 20 Besucher. Keine Ahnung, gleich mal rein ab 9 Uhr. Können dann auch Privatbesucher auch gleich mit rein. Wir laufen da gerade zur Halle 8. Was muss man jetzt genau beim Fliegen beachten? Also hier konkret jetzt eigentlich nichts. Wir sind hier unter Sicht. Also wir können jetzt eigentlich hier fliegen mit der Wolken. Wir müssen halt nicht in Wolken fliegen. Jetzt versuchen wir mal die Geschwindigkeit zu reduzieren, um ein bisschen runter zu gehen, um hier zu landen. Und ja, mal gucken, ob das passiert hier. Ich glaube, wenn ich die Punkte habe, nimmst du mich mit, nimmst du mich mit, oder? Ja, klar, klar. Ja, klar, klar, klar. Züglich bin ich wieder in ihr keine Themen gedauert. Und mal zu schauen. Anja, wenn du alles warst, war ich ja gerade nicht, wo sie nicht arbeiten, sie du ich gern. Und wir haben uns schon trotzdem sehr laut und recht weit. Alle gut sehen! Da ich das erste Jahr hier bin war es schon sehr anstrengend. Ich bin auch schon so verpeilt, dass ich einfach nur noch Zeit habe, nach Hause zu gehen und den nächsten Tag abzuwarten. Morgen ist noch ein Tag oder auch heute ist dann noch ein Tag. Und dann sag ich damit einfach nur noch so. Hab ein schönes, schönen Sonntag Gamescom Tag. Und ich werde mich hier erstmal verabschieden. Wird erstmal das Video wie immer erstmal schneiden.